Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Dog Pudding. Dog Pudding Pudding ist eine Spezialität der nordenglischen Küche. Das Gericht stammt aus dem Calder Valley in West Yorkshire. Die wichtigste Zutat dieser herzhaften Beilage sind Blätter vom Schlangenknöterich, die zusammen mit Haferflocken, Brennnesseln, Zwiebeln und Ei gekocht und gebraten werden. Traditionell wird der Pudding in einer Pfanne mit gebratenem Speck serviert. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. 115 Gramm junge Brennnesselspitzen, 450 Gramm Schlangenknöterichblätter, ersatzweise Spinat, zwei mittelgroße Zwiebeln, fünf gehäufte Esslöffel Haferflocken, acht Scheiben Frühstücksspeck, Freilandtei. Folgende Utensilien werden benötigt. Messer, Schneidebrett, Schüssel, Topf mit Deckel, Küchensieb, Pfanne, Pfannenwänder. Zubereitung Vorbereitung Die Blätter von eventuellen Stielen befreien. Die Brennnesselblätter fünf Minuten in leicht gesalzenem Wasser einweichen. Anschließend gründlich mit kalten Wasser abbrausen. Die Knöterichblätter waschen und abtropfen lassen. Die Zwiebeln pellen und fein wiegen. Zubereitung Die abgetropften Knöterichblätter, Brennnesselspitzen und Zwiebelwürfel in einen Topf geben. 300 Milliliter Wasser dazu gießen und 20 Minuten kochen lassen. Abseihen, die Kochflüssigkeit auffangen und beiseite stellen. Knöterich, Brennnesseln und Zwiebeln auf einem Schneidebrett sehr fein schneiden. Dieses Mousse wieder in den Topf geben und die Haferflocken damit verrühren. So viel von der Kochflüssigkeit zugeben, dass eine feuchte Mischung entsteht. Sternchen mit Salz und Pfeffer würzen. Bei mittlerer Hitze 10 bis 15 Minuten kochen. Sollte der Mousse zu trocken werden, mehr Kochflüssigkeit zugießen. Das gekochte Mousse sollte feucht, aber nicht nass sein. Abkühlen lassen. Den Speck bei mittlerer Hitze knusprig anbraten, dann aus der Pfanne nehmen und warm halten. Die Dock-Pudding-Mischung in die Pfanne geben und mit dem ausgelassenen Fett verrühren. Die Mischung in einer gleichmäßigen Schicht über den Pfannenboden verteilen, das Ei darüber aufschlagen und sofort kräftig mit der Mischung verrühren, bis dalles gut örtsch gekocht ist und kein rohes Ei mehr sichtbar ist. Den Pudding in 8 Stücke schneiden und mit dem ausgebratenen Speck und Brot und Butter anrichten. Beilage Gebratinner Frühstücksspeck Brot und Butter Diese Varianten gibt es Punkt Punkt Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Die Zubereitung Die Zubereitung Die Zubereitung Die Zubereitung Die Zubereitung Die Zubereitung Untertitelung des ZDF, 2020